Boah, ich hab auch mein Dia-Schwert in der PvP-Welt, ne? Bei Mikis Server. Oder bei meinem Server, ist ja mein, was ist ja mein. Da hab ich was Tolles gekriegt aus dem Schwert, und zwar Band 2! Aus einer Level 30-Verzauberung. Toll! Was ich auch immer geil finde, was es auf jeden Fall bringt, ist Nemesis der Gliederfüße. Das bringt's, ähm... Das bringt's ja fast, ne? Das ist für eine Monsterfalle gut. Ja, toll, super, wir spinnen. Toll, jetzt komm mal wieder hoch, Junge. Ja, warte, ich hol mir noch den Band drin. Ja, find ich aber auch. Kann man das eigentlich so... Nein, kann man nicht. Okay, dann muss ich das wohl von Hand aus der Wurzel ziehen. Ich muss mich hindern. Okay, also ich komm jetzt hoch, okay? Okay, dann komm jetzt mal, bitte. Ja, ich komm jetzt ein. Verstehst du? Witzig. Haha, 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 war ja fast witzig. Du hast dich verschluckt. Nee, hab ich nicht. So. Was haben wir denn hier alles noch? Alter, mein Schwert hat Plünderung drei, ne? Also wenn du irgendwo ein Haltbarkeitsbuch raus, Alter. Goll. Sammy, bitte, mach mal Treppen. Was? Mach mal Treppen. Nö. Also aus der Biene kommt... ...durch. Ich guck gleich noch, was in den Öfen ist. Da war teilweise noch Essen drin. Das finde ich ja eh nicht. Essen brauchen wir unbedingt. Was denn? Du bist so lustig, ne? Was denn? Nix. Nix, was ist da los, ja? Hier hast du ein Steak zum Gewöhnen. Nö, das ess ich nicht. Komm, jetzt. Jetzt komm, hier hab ich's gebaut. Ich hab's genau so gebaut, damit man hier die Truhe nicht erweitern kann. Ja, was soll ich denn verzaubern? Warte, ich brauch auch irgendwas. Wie viele Mann hast du? Mach auch ne Spitzhacke. Mach auch ne Spitzhacke. Ja, ich brauch auch ne Spitzhacke. Ja, gut. Dann verzaubern wir jetzt. Leute, das wird ganz spannend. Oh, ich kriege das ganz schlecht. Wir kriegen, ja. Das wäre so episch. Da brauchst du gar nicht drauf und Samy, ne? Okay, ich nehm eigentlich immer was, wo ganz viel ist. Also, wo ganz viel steht. Das kann man ja übersetzen, ne? Also, wenn du kurz... Ja, toll, super. Ja, eben scheiß auf den Setz. Im Let's Play. Das ist spannend. Das ist ja toll. Ich hab Angst. Okay, soll ich als erstes? Mach du. So, als erstes. So, als erstes aufbauen? Ne, komm, ich mach als erstes. Ne, komm, Spannungsaufbau. Ich muss als erstes. Okay, mach du als erstes. Wir machen gleichzeitig. Gleichzeitig. Okay, gleichzeitig. Warte, 26. 26. Lol. Warum denn 26? Boah, Samy, du bist so dumm, ne? Hä? Hä? Ja, du musst hier oben noch vollbauen. Nein, muss ich nicht. Doch. Nein. So, wenn ich die Fackeln... Jetzt 30, das 30. Ja, weil ich die Fackeln ausgemacht hab. Ach, stimmt. Gut, ich bin ja schlau wie der Fuchs im Megan Fox Style. Weiß ich nicht. Okay, ich hab glaub was. Okay, warte. Warte, ja, okay, ich auch. Drei, zwei, eins. Nein! Ja! Ja. Ich hab Behutsamkeit, das ist gut. Ich hab Effizienz und Haltbarkeit. Aber wir haben kein Glück. Scheiße. Okay, aber immerhin Behutsamkeit, das heißt, ich baue immer die Diamantsachen ab, okay? Und ich hab jetzt die krasseste Mining-Spitzer, das ist ganz gut für den Fragmücher. Ja, ich hab halt Behutsamkeit, ne? Also, ist eigentlich auch gar nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht. Ja, ist auch nicht schlecht. Ist halt für Kurden gut geeignet. Ja, du und deine Kurden. Oh Gott. Hab ich noch eine Wende, das mein Karatek ist. Sammy! Was? Ich hab aus Versehen sechs Dextreppen gemacht. Ach, das ist ja toll. Werde ich bestimmt brauchen. Wie werdest du echt brauchen? Wie werdest du Junge? Junge, Junge. Was soll ich denn jetzt machen? Ich scheiß Piz-Mit-Imitatoren. Weiß, das ist total. Ich. Oder? Äh, warte. Ich scheiß Piz-Mit-Imitatoren. Äh, Imitatoren. Ach, das war geil. Ja, das war geil. Weißt du, Hayden würde da nicht mal schreiben können. Ja, das ist toll. Das ist super. Das zeigt Skill. Der war nicht in Arena 7. Genau. Das war's Geil, oder? Ja, das war echt. Soll ich denn in Arena 7? Nö, Arena 7. Die Leute haben gar kein Problem, was wir reden. Aber ist ja auch toll, ne? Ja. So. Und wer's nicht weiß, muss alle unsere Videos gucken. Ja. Und das zweimal hintereinander. Und alles liken. Und mit zehn Fake-Accounts. Überleg mal, jeder würde mit zehn Fake-Accounts uns abonnieren. Das wär fast toll. Überleg mal, wie abonnieren wir denn? Zwölf. Nee, zwölf. Zwanzig. Okay. Zwanzig? Ich mein zwölf. Ach so. Okay. Also, ähm... Nils, wollen wir Spannung, also wirklich in eine Höhle gehen? Ich meine jetzt, wenn ich eine Höhle finde... Nein, geh mal in eine Höhle, komm. Das ist viel lustiger. Ja, ich suche eine. Ich suche... Nein, ich geh in eine Höhle. Ja, viel Spaß dir, tschüss. Jetzt komm, das ist voll lustig. Ja, ich geh strip meinen. Ich will endlich mal Materialien holen. Ja, die kriegen wir doch von der Höhle, du Lapp. Die kriegen wir nicht aus der Höhle. Natürlich. Ich will strip meinen, ich will Diamanten. Ja, die kriegen wir auch in der Höhle. Die kriegen wir nicht. Die kriegen wir nicht. Jetzt komm, du Kurde. Alter, was hast du mit deinem... Keiner. Mausebrot. Brausebrot. Ein Mausebrot. Achso, Brausebrot. Es kommt, du Jude. Du weißt gar nicht schnell beim Hochsprinten. Nee, jetzt komm mal. Wir gehen jetzt in eine Höhle. Wir suchen eine. Ich schieb dich. Ach toll, das finde ich jetzt gut. Ich schiebe dich. Dankeschön. Wollen wir die Teile kriegen? Wir haben alles gewachsen, Alter. Wir brauchen Essen. Ja, jetzt komm, wir gehen mal hier. Wir waren jetzt schon überall... Alter, ich hab auch nicht übertrieben. Oh, da ist ja der Herbert. Komm. Ey, wir müssen uns eigentlich echt mal von jedem Mob eins fangen. So als... Ey, wir bauen eine Arche. Dann tun wir Zombies rein. Dann tun wir immer von jedem Zombies... Also zwei Zombies und so. Ja, das machen wir irgendwann mal. Hallo. Wo willst du hin? Weiß ich nicht. Irgendwo eine... Ich hab eine. Ich hab eine. Sammy. Ich hab... Alter, ich... Pfff... Wie viel Material denn hier sind? Das ist ja fast wenig. Alter, hier ist alles voll mit... What the fuck? Okay. Ähm... Das ist eine Hacker-Lobby. Ja. Ja. Komm. Alter, hier ist noch mehr Eisen. Komm jetzt hier. Wir gehen in die Höhle hier rein. Alter, eine Stimmung. Geil. Okay, ich glaub... Kohle brauchen wir gerade nicht. Doch. Unbedingt. Ich hol gerade. Ohne Witz. Wo bist du jetzt... Oh, dein Creeper. Oh, das ist ja schon schade. Wo bist du... Ach, du bist da runter? Ja. Ich hol die Kohle mit. Komm, wir gehen... Wir gehen wo ganz tief, okay? Wir gehen wo ganz tief. Okay? Okay. 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 Bist'n du jetzt hin wieder? Ich bin noch ganz oben. Ja, dann komm doch. Ah, da ist Kohle. Ah, da ist Kohle. Oh, noch eins. Das hat sie ja... Eisen, das ist ja toll. Äh, keine Kohle. Ah, da hat sie Kohle. Lol, ich hatte eine Mine. Oh, eine Kohle, Kohle. Ich find das mit den Kohleblöcken so geil. Was für Kohle? Achso, das find' ich auch geil. Ist gar nicht vertrieben mit den zwei Stacks. Dein Ernst? Ja. Und da ist eine... Eine Truhe. Ey, gehst du mal auf? Lol. Leckst du das? Nein. Ich hab Atmung bekommen. Das ist ja toll. So, hier ist die Mine. Ey, wo bist du? Ich find die Mine aber scheiße. Ich find jetzt schon wieder eine Mine. Wo bist du? Wo bist du? Ohne Witz. Ohne Witz. Ah, hier ist eine Höhle. Äh, dreh mal... Ich bin so dumm, ne? Dreh mal nochmal um. Ja, guck mal da. Guck mal, da vorne ist ein Zombies vorne. Wo denn? Ja, da waren gerade Zombies. Achso. Aber ich wäre dafür, dass wir da runter... Ja, komm. Zack, ne? Und eine Truhe ist da. Zack. Scheiße. Ups. Ich hab die Truhe in die Luft gesprengt. Ach, das ist ja toll. Das ist ja fast nicht. Aber da waren... Oh Gott, ich bin so dumm. LOL. Sammy. What the fuck? Ich hab die... Oh, apropos Diamanten. Ich hab jetzt fünf Diamanten dabei. Ach, toll. Alter. Ey, was soll das, ey? Was kann eigentlich das Skelett, ey? Außer Kot naschen. Komm weg da. Alter, wie viel Damage die machen auf hart. Das ist übel, ne? Das ist nicht mal hart, glaub ich. Das ist hart. Wir haben es ganz am Anfang auf hart gestellt. Ah, neben mir, ich hätte mich gerade... Das war schon hart. Nein. Nee, hast recht. Mach doch nochmal auf hart, dann wird es schwerere hart. Ja, warte. So. Oh Gott. Ey, jetzt hab ich übertrieben, ne? Ja, mach nochmal einen Blick auf schwer. Ja, jetzt. Ja, jetzt. So geht's. Ja. Ich hab's ausgerechnet. Okay. Alter. Oh, da ging's runter. Wo bist du? Bist du da runtergegangen? Irgendwo hingegangen. Bei der Lava da? Ja, irgendwo zu. Ah ja, da warst du. Hast du da was dazu gebaut irgendwo? Ja. Dann warte, bleib mal da stehen. Ich komm mal zu dir. Ich komm mal zu dir. Komm. Hi. Aber da gehst du weiter, glaub ich. Türkisch Airline. Türkisch Airline? Nö, da geht's nicht weiter. Sammy, komm mal runter. Ach, das ist ja auch... Lol, lass mich die Diamante bauen. Hast du Glück, glaube ich? Lol, Diamante. Ich glaube... Alter, wir haben gar kein Glück mit Diamanten. Nein, überhaupt. Warte, ich grabe mal kurz rum hier. Nein, wir haben... Das sind acht. Wir haben kein Glück. Behuht zum Kreiz. Ach, und dann auf die Glückschrittsack. Ja, genau. Das ist viel besser. Bringt's viel mehr. Dahinten ist noch Gold. Oh, ich find... Alter, wie ich immer Gold finde, ne?